12 Stunden streamen. Wir sind von 14 bis 2 Uhr nachts online. Ich beobachte den Markt, ich spiele Drafts und es werden Packs geöffnet. Das ist der Plan, der Pläne. Seit Montag habe ich jeden Tag mindestens 12 Stunden gestreamt. Du bist ja gar nicht mehr ansprechbar, Digga. Der Typ streamt hier seit 20 Stunden neben mir. Ich glaube, ich gehe da nicht pennen. Moin, wie geht es denn da? Legst du dich gleich auf den Teppich? Man, Digga la Porte, fack mich nicht ab. Gehst du jetzt schaffen, Pio? Dann leg dich jetzt hier einfach mal hin und entspann dich ein bisschen. Sieht man das? Er liegt hier. Guck mal, wie lang er ist. Das ist mir schlecht. So sieht es hier bei mir die ganze Zeit aus. Schläft der? Ja, das ist seit 21 Stunden leid. Weiß ich Bescheid und wir sehen uns heute Abend, 18 Uhr, habe ich gehört. Wir sehen uns heute Abend, 18 Uhr. Man darf ja die ganze Zeit nichts sagen, Digga. Ich weiß nicht mal, ob ich... Workout! Ach, scheiß drauf. Rodri. Snipes, Empire, Jakob, der Knechter, Timon, Ompasso, Savage. Danke für die... Workout! Hey, ich habe kein T gezogen. Ich habe einen Golo gezogen. Ich bin der Beste. 400.000. Das schmeckt so lecker. Guter Angriff. Dann pfeift der Schiedsrichter nicht ab. Die treuen Supporter wissen Bescheid und wissen auch, dass es so ist. Workout! Digga, ich bin der erste Chat. Was passiert hier? Eto. Ach, scheiße, Digga, Eto. Kein Problem. Nein. Nein, 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 nein. Bitte nicht unter 1,7. Boah, Digga, das ist so ein kranker Preis. Das ist eine unangenehme Situation für alle Beteiligten, aber wir bleiben dran. Ey, Willi, na, wie geht's denn so? Gut, dir? Auch gut. Weißt du warum? Warum? Weil ich gerade eben Kanté gezogen habe. Ja, und du kannst mich immer noch am Arsch schlägen. Du hast noch kein Kanté oder so gezogen, ne? Doch, Kanté habe ich schon gezogen. Hast du Kanté gezogen? Scheiße. Ja, okay. Kannst du dich hinten anstellen. Aber Johann Kreuf hast du nicht gezogen. Nee, den habe ich nicht gezogen. Ja, das ist ja lustig. Johann Kreuf. Den habe ich nicht gezogen. Das ist ja dann noch mal ein bisschen das andere Hausnummer. Hast du Busquets gezogen? Ja, den habe ich schon ein paar Mal gezogen. Okay, dann sind wir da ja irgendwo gleich. Busquets super, Chad. Busquets ist super. Ja, top, geil, wirklich. Guck mal hier, Warco direkt. Ja! Toni Kroos. Ja. Erstes Blech. Und da ist auch mein Auge im Spiel. Ich bin Daytrader. Ich bin ein Daytrader, Chad. Ich habe mir gerade ihr Tor geholt für 1,7. Ein paar Motzen für die SPC-Verantwortlichen, oder? Wie? Oh Gott! 45 cm mit der Ader. Ah, Lukaku? Nee. Der andere. Welcher denn? Der hat der mit der Ader halt. Ja, gut. Die Ader, Willi. Mit Stinkefüße. Kommt nix. Kuliballi, Junge. Oh, unsympathisch, muss ich sagen. Aber mit Käse und so. Ja, das ist auch egal. Weiß ich nicht. Das Ding ist Kili hat Finesse-Trade, aber äußerst 5-Stand-Week-Ford. Warco! Mann, ey. Ich bin für mich alles gar nicht so wichtig. Luca Monti. Ich habe einen neuen Partner, aber ich bin nicht der einzige, der einen neuen Partner hat. Rush. Genau, Freunde. Rush. Für die Leute, die nicht wissen, was es ist. Es ist eine Turnier-Seite. Aber nicht nur für FIFA. Also die 4 Partner sind anscheinend Monte, Sonics, ich und Tizi Schubesch. Wir haben alle eine Turnier-Seite sozusagen. Ihr könnt Turniere spielen und da könnt ihr auch Geld gewinnen. FIFA-Turniere, Fortnite-Turniere. Sucht es euch aus, Digga. Eigentlich gibt es da fast jedes Spiel. Arpex, Counter-Strike, FIFA 21 für die, die noch spielen wollen. FIFA 22, Fortnite, League of Legends, PUBG, Valorant, Rocket League, Pokémon. Also es ist wirklich cool, Digga. Coole Spiele. Die haben sich auch sehr viel Mühe gegeben. Ich weiß nicht, was die anderen machen. Bei mir wird es hauptsächlich FIFA-Turniere geben. Und bei mir ist auch das Special. Bei mir könnt ihr nicht nur Geld gewinnen, sondern ihr könnt bei mir Plätze für den Eligella-Cup gewinnen. Es gibt den großen Eligella-Cup, der jeden Montag ist. Aber es gibt unter der Woche täglich kleine Eligella-Cups, wo jeder von euch mitmachen kann. Das ist auch teilweise kostenlos. Teilweise könnt ihr da auch Geld einbezahlen. Gibt es eine App? Ich glaube eine App gibt es noch nicht. Xbox, denke ich eher auch nicht. Aber das wird noch gemacht. Was ist 18 Uhr? 18 Uhr, um das ganze Ding zu starten, gibt es ein großes Pack-Battle. Jeder Teilnehmer zieht 120.000 FIFA-Points. Der Teilnehmer mit der höchsten Wertung pro Tag bekommt 250 Euro zur Verlosung innerhalb seiner Community. Das heißt, wenn ich gut ziehe, könnt ihr auch noch was gewinnen. Wer eine Icon zieht, bekommt 1.000 Euro Preisgeld und 500 Euro zur Verlosung innerhalb seiner Community. Der Gesamtsieger bekommt ein Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro und ein FIFA-Ultimate-Team-Bundle zur Verlosung seiner Community. Auf jeden Fall geht es hier gut ab gleich. Hier werden gleich ganz dick Packs geöffnet. Und was wir die ganze Zeit machen mit diesen Pack-Battles, gibt es da dann im Großen und Ganzen. Und wer macht da alles mit? Ich habe hier die Liste. Ich kann ja nicht genau alle sagen. Edi Geller, Monte, Tisi Schubesch, Erne, Dihahn, Micky, Blackie, Pipe Crew, Mehdi, Tabak, Payne. Samuel Eto, 1,5 Millionen da hinten. Was? Was war dein bestes Nachkäufer? Ey, hör mal zu, auch heute kannte. Ihr habt Soundchat in der Pass. Wargoat, Harry Kane, 90er. Ja. Und da bin ich doch Elite. Ey, Willi, du bist der Beste. Willi, du bist der Beste. Ja. Und wir geben dir sogar 90er, Digga. Und 10 Punkte sind auf dem Konto. Jungs, wie läuft es bei euch so? Meine 10 ist oben. Ja. Was habe ich hier gesagt? 36? 86er, 88er, 5 Punkte. 89er, 90er, 10. 91, 92, 25. 93, 35. Icon 100. Wir haben 15 Punkte. 2 Millionen knapp, ne? Der lohnt sich für 900. Wargoat. Ja. Du bist der Beste, Digga. Du bist der Beste. Wargoat. Wer ist das? Wir bleiben drin. Das Bild ist es, Jack. Roddy Alva. Kevin den Freunde, willst du jetzt auch nehmen? Wargoat, Haaland. Und da sind wir. Haaland, Wargoat. Wir sind da. Kein Problem. Wir bleiben drin, Jack. Morgen ist auch noch ein Tag. Ist 10, 3 Tage, Jack. 45 Punkte. Cool. Maxi macht da die Konferenz und hat 13 Streams offen. Wargoat. Laporte. Geil. Wir haben nochmal einen gezogen. 50. Habt ihr was höheres als 87? Achso, Digga. Ich dachte, overall. Wargoat. Geil. Wer ist das? Wird dir was niedriges? 87. 87, Chelsea. Mods macht mal Wette hier, ob ich irgendwas ziehe. Ich sag nein. Digga, und ich hoffe, du holst 2,5 Siege in der Weekend League. Ehrlich. Champion, guck mal bitte auf meinem Kanal, ob da irgendwo einer drin ist. Du stimmst mal mit Russi Clips, bevor ich mich hier vergesse. Und ihren einzelnen Mod jagen muss durch dieses Land. Pelé hat so einen guten Preis gerade. Walkout. Was ist denn das? Digga, wenn ich diesen Buno noch einmal sehe. So ein Schwanz. Die Maria. Buno Fernandes. Ne, Buno. 60 Punkte. Wir sind mit 60 Punkten drin. Wer ist gerade Erster? Wie viele Punkte haben die Ersten? 130 hat der Erste. Ah, sehe ich mich toll. Überleg mal, die haben eine Icon, Digga. Das ist gar nicht 130 Punkte, Mann. Wer hat dein Icon gezogen? Wer war das? Tobi. Ich bin ehrlich. Ich habe so... Alles, was er jetzt sagt, ist provokant. Ich warne euch schon mal, es ist extrem frech. Ich möchte dein Statement auch dazu haben. Ich habe so den... Ich habe so ganz, 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 ganz bisschen... Ganz kleine Hoffnung, damit ich der Einzige bin auf der ganzen Welt jemals, dass ich nochmal erneut ziehe. Das wäre schon sick. Ich hoffe es die ganze Zeit so ein bisschen. Ich schwöre es dir, wenn du nochmal erneut ziehst, Trimax, klippt das. Ich gebe dir einen Monat. Ich gebe dir meine kompletten YouTube-Einnahmen für diesen Monat, wo du ihn ziehst. Ehrlich? Wenn du nochmal 94 erneut ziehst. Noo und Karim sind im Discord, Digga. Ich bin gerade am Apparat. Karim ist gerade am Apparat. Ey Karim, wie geht es dir? Mir geht es gut, aber ich bin ein bisschen schauer. Ich habe nichts gezogen. Hast du nichts gezogen? 39.000. Was war das Beste, was du gezogen hast? Dias. Habt ihr keinen Fußballer-Profi-Bonus oder so? Nee, gibt sowas nicht. Ich glaube, ich muss sie noch bestellen. Erstes Jahr ohne drei Icons und ohne 99er-Pro-Player-Card und schon guckt ihr euch um, ihr Dummköpfe. Na komm mal, eins gegen eins. Dann wirst du sagen. Komm mal, eins gegen eins. Gib mir eine Woche. Schuhe dich und nur einen. Ey, Mehdi ist vorn. What? Niki. Heumingsong. 89er. Heumingsong. 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 Ich habe Flashbacks zu dem, was ich vor vier Tagen ungefähr hatte. Keine Walkouts. Keine Hoffnung. Digger, von dir will ich ganz mehr hören. Du darfst EA in den nächsten fünf Jahren nicht mehr irgendwie negativ ansprechen. Wie viele Points habt ihr noch, Miki und Eli? Ich muss gleich mal gucken. Ich habe noch vier. Investiert bitte nicht in FIFA Points. Es ist nicht wirklich sinnvoll. Ich verdiene damit mein Geld. Oh Gott. Scheiße, Digger. Schätze. Zwischen 22.27 Uhr und 22.32 Uhr kommt eine Icon. Bitte mal Tippkeiser. Christoph mit einem. Oh Gott. Rafa Ivaran und der kostet nicht. Ganz kurz. Ich verliere zwar das Ding. Eli. Mit Rafa Ivaran. Aber cool. Ich habe Rafa gezogen. Eli, weißt wen ich schon mal gezogen habe? Wen? Back-to-back Heumingson. Was? Das ist so dumm, Eli. Es ist super. Ja, ja. Es ist super. Ich muss gleich erstmal in den Kühlschrank. Erster Teasy, zweiter Tabak, dritter Hoodie und dann ich. Tabak ist dritter? Digga, der war vorhin mit mir auf 50 Punkten zusammen rumgekrebelt. Ja, wechsel mich ein. Flo Nido wird eingewechselt, Chat. Mann, ich hole jetzt die Katze wieder. Kann doch nicht sein, dass ich hier die Walkouts ziehe. Sunny, du musst wieder. Sunny, du musst wieder. Du guckst dir an und konzentrier dich. Es ist okay, keine Walkouts zu ziehen. Aber es ist nicht okay, es nicht probiert zu haben. Hose gewechselt, neues Pecklack, Chat. 175 Punkte, Teasy Schubech. 175, Chat. Ich habe 75. Medi hat, wo sind deine Punkte? 125. Wenn ich morgen ein Video hochlade. Oh Gott. Niemand schreibt was in Chat. Cool. Machinos. Wir gehen hoch hier mit 80 Punkten. Rede dir deine Fehlinvestition ruhig gut. Was ist das hier? N'Golo Kante. Beck. Und ich ziehe ihn zweimal heute. Niemand schreibt was in Chat. Und das gibt's sogar plus 10. Also Chat meldet euch da an. Gibt nochmal Gastes wieder da auf. Ach ja. Stimmt. Oh, oh Gott. Scrinia. Nehme ich mit, Digga, die ganzen Punkte jetzt hier. Guck mal, so hätte das vorhin laufen müssen. Immer mal ab und zu hier paar Punkte. Digga, ich ziehe auch gar nichts. Ja, du bist jetzt, also hey, 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 hey. Ja, hey, hey, wirklich. Halt dich bitte. Ich hab grad sechs Packs, kein Walkout. What the fuck. Mann, halt die Fresse, Max, ehrlich. Das ist wirklich schlecht. Letzt Pack. Boah, das ist sogar. Du hast die 100 dann auch nicht voll, Eli, ne? Ich hab 100 nicht voll, Digga. 95 hab ich. Wir bleiben heute stehen bei 95. Einfach 100 weniger als Teasy, ne? Du musst einfach eine Icon ziehen, damit du dir gleich zu gehen. Überleg mal, Digga. 60 Euro ungefähr. Die haben 100 Punkte mehr als, also wir haben genau gleich viele Points ausgegeben. Geisteskrank. Guck mal hier, Daytrade-Chat. Warte mal ganz kurz, wie viel Konz hab ich jetzt Gewinn gemacht mit dir, Tom? 9K-Gewinn-Chat. Soll mir noch einer sagen, dass ich kein Trader bin? Oh, Emilio ist weggegangen. 100K-Gewinn mit Emilio. Boah, kann mir Pelé holen. Meinst du zwei, sie tanzen in einer Mannschaft? Ja. Nein, das geht nicht. Pelé für 5, 6, guter Preis. Hab ich letztes Jahr für 6 Millionen geholt. Ganz kurzes Update, Trader-Max. Du bist nicht mehr Erster in der Transfer-Erlös. Du bist nur noch Zweiter. Ach so, ja, Transfer-Erlös. Mir fehlen 40K bis zur Spitze. Würde mich triggern persönlich. Also muss ich jetzt einen 40K-Spieler verkaufen. Ja. Ich bin 12. Anders ist 19. Hey, Lars. Hallo? Hey, Aldous. Hey, Aldous. Hey, Aldous. Das ist Rene, ne? Das ist Montana Black. Hey, Aldous. Jetzt kriegt da wieder nichts raus. Ach so. Hey, Aldous. Hey, Mann. Hey, ich dachte, das ist Rene. Das ist ganz ordentlich. Oh, Rash wurde gezogen. Mashallah. Hey, Aldous. Du aller hohen Kobold. Alles gut. Tschüss. So, ich war noch ein Game-Chat. Ich bin so gespannt auf Ferga. Ich auch, Digga. Ich auch. Der Mann hat auch Druck. Du wirst sehen. Die werden alle gucken wollen, wie der spielt. Der hat sich da paar Blacky-Cups geholt, paar Illigella-Earnings. Ja, das ist ja auch clever, Digga. Das ist das cleverste, was man machen kann einfach. Wann ist der erste Cup? Vierter. Genau in einer Woche, Chat, ist der erste Illigella-Cup. Vor der Weekend-League noch. Da ist der erste E-Sportler-Cup. Danach ist Content Creator-Cup. Und dann ist, ich will nicht sagen Noob, sondern die, die eher ein bisschen weniger können. Und dann ist 2 gegen 2. Fußballprofis muss ich noch gucken, ob es einen Fußball-Profi-Cup gibt. Die ganzen Fußballprofis, die mitmachen, die kann ich auch gerne irgendwo bei den Profis auch mal mitspielen lassen. Muss ich gucken. Weiß ich nicht, ob Barcelona so cool war. Ich schwöre, mir hat es voll Spaß gemacht. So zum ersten Mal. Junge, dein erstes Mal war so schlimm. Das Schleifste zu mir aller Zeiten. Digga, ich fand es voll geil, alle so zu sehen. Digga, du weißt für mich, ihr wart so wie Christian Rolaito und so, als ich euch gesehen habe. Hey Jungs, ich erzähle euch mal eine Story. Als ich Eli zum ersten Mal, wir waren wieder mit seinem Bruder, und Eli hat einfach gar nicht geredet. Der war so schüchtern. Digga, ich war so schüchtern, Digga. Der hat einfach 4 Stunden, der war so. Und sein Bruder redet die ganze Zeit mit mir, erzählt so die ganze Zeit über Eli. Und der hat sich richtig abgefuckt, lieber Eli. Der so, Junge, jetzt redet doch, man. Du redest doch in Berlin auch so viele und so. Der so, Junge, ey, was soll ich denn sagen? Der war so schüchtern. Ich war so schüchtern, ja. Das waren für mich die coolsten Menschen auf der Welt. So, als wenn die Christian Rolaito und so sind. Aber Sidney war noch schlimmer, der war noch schlimmer. Sidney war noch schlimmer, Digga. Sidney, ich sag dir ehrlich, ich glaube, der war, der hat manchmal unter der Dusche auch an einer Nähe gedacht. Junge, als er mich zum ersten Mal in Berlin gesehen hat, der war fast am zittern. Mhm. Aber der so damals schon, der so, ich will Dings verwenden, ne. Der hatte gar nichts. Der hatte 5 Follower oder so. Der will Influencer und Fußballer werden. Hat er schlimmer gesagt. Wer denn? Sidney. Erstes Treffen hat der das gesagt. Da hab ich gecheckt, Digga. Erstens war ich nicht gut genug für diese ganz oben. Ich war so Schwitzer, E-Sportler. Ich war so Gold-3-E-Sportler. War ganz gut. Aber jetzt auch nicht so, was man sagen kann. Okay, geil. Du hast auch nicht so viel gezockt. Nee, ich war immer, Digga. Ich hab doch richtig früh dann mit Dings angefangen. Junge, ich hab in 4 Jahren, wir waren gleich im Management, in 4 Jahren hab ich nicht einmal gegen dich gezockt. Du hast mich gefragt. Ja, Digga, ich hatte gar keinen Bock. Ich hab voll früh gemerkt, Digga, ich wollte es nicht wahrhaben. Ich hab voll früh gemerkt, dass das mich so rasiert vom Kopf her, dieses E-Sport-Ding. Freunde, ihr wisst gar nicht, wie krass das auf die Psyche teilweise geht. Also ich, bei mir war das so. Ich dachte immer so, okay, wenn ich jetzt nicht gut spiele, dann ist es vorbei. Muss ich, weiß nicht, Ausbildung und so anfangen wieder. Und dann hab ich Content gemacht. Junge, und das kam übelst gut an. So mit John, Fußballprofis, Pack-Opening am Anfang. Die hatten mich so krass im Rucksack. Dann hab ich gemerkt, das hat mir viel mehr Spaß gemacht. Und dann hab ich immer mehr Videos gemacht, immer mehr gestreamt. Und jetzt ist das so, wie es ist. Ja, aber beides doch gleichzeitig richtig gut zu machen. Geht nicht. Geht nicht. Oder ich hab damals meine Videos alleine geschnitten. Ich hab für ein 15 Minuten Video, was richtig schlecht geworden ist, hab ich 5 Stunden geschnitten oder so. Wie soll ich zum Beispiel jetzt hier die WM-Players jetzt? Hätte ich jetzt gestreamt oder so? Wissen alle, wie ich zocke? So bin ich da. Also ich musste vier Wochen lang untertauchen, hab irgendwelche Schüsse gelernt und so. Du bist einfach nicht erfolgreich, wenn du auch den ganzen Tag streamst und konnte mal. Alle wissen, wie du zockst. Deswegen gewinne ich nicht so oft, Chad. Die Weekend League. Deswegen hab ich nicht so oft Top 200. Ja, alle wissen, wie du zockst. Mein Junge, wieso wird denn alles geblockt? Ich fühl mich so, als hätt ich richtig Scheiße gezogen. Ich hab nur nicht viele Walkouts gezogen, aber ich hab voll viele, voll teure gezogen. Ich hab zweimal Kante gezogen und Waran, Digga. Cool, man. Cool. Boah, der geht nicht rein, Jens. Wie kann er denn mit 10.000 Euro, ich glaub 10.000 waren das, so ein Team haben. Mein Gott. Wie gehen die nicht rein, Chad? Ganz kurz, ich spiel doch auch richtig viele andere Spiele. Ist irgendwo der Frustrationsfaktor auch bei euch so hoch? Nein, 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 ist nicht ehrlich. Das ist das, was ich meiner Community auch sage. Ich habe vieles gespielt ehrlich. Seitdem ich sechs Jahre alt bin, ein kleiner Schlöpsel spiel ich Videospiele. Für mich ist FIFA mit Abstand, also mit weitem Abstand auch von mir emotional, was ich von mir gebe, verbal, rhetorisch, ist FIFA das schlimmste Spiel. Ich erkläre hiermit vor allem FIFA 22 als das schlimmste Spiel, was es gibt. Also was den Tilt-Faktor angeht, auf jeden Fall, ja. Ich sag wirklich in keinem Game oder sonst was, ich sag nie eigentlich Hu**o. Nie, 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 nie. Ich achte richtig darauf. Bei FIFA, wenn ich, ich, das, also das kommt rausgeschrieben, da explodiert das Mic. Das ist ganz, ganz krass. Das ist wirklich beeindruckend. Ich finde Mario Kart auch schon echt an der Grenze, muss ich sagen. Mario Kart ist auch schon gut. Ja, ja, ja. Aber ich finde FIFA noch mal schlimmer, Chad. FIFA ist schlimmer, 100%. Guck mal, wenn ich sowas hier allein schon wieder sehe. In Division Rivals, Division 7, Chad. Nachdem ich den Gegner gefi*****t hab, eigentlich. Ich weiß nicht, wie du das schaffst auf Dauer, aber es ist wirklich, es ist wirklich krass. Ich hab's schon, ich hab's abgehakt. Hör mal zu, ich spiele gerade um 2.38 Uhr. Hab ein Spiel, 62% Ballbesitz, 13 zu 1 Schüsse und ich habe dieses Fußball-Simulationsspiel 1 zu 0 verloren. 13 zu 1 Schüsse und es ist nicht so, dass ich da schlechte Chancen hatte. So muss ich es nicht. Ich weiß es ja zu schätzen, den Support. Hat auch mir sehr viel Spaß gemacht, mir persönlich. Morgen sind wir auch wieder online. Morgen auch nur in Anführungszeichen ein-Stream. Ich komme so zwischen 18 und 19 Uhr online-Chat. War sehr, sehr gechillt, Freunde. Vielen Dank an jeden Einzelnen, der hier im Start war. Ich könnte nochmal alle meine Kanäle abchecken. Wir sehen uns morgen. Kuss. Wir sehen uns morgen.